Hi Freunde, Willkommen zum heutigen Test. Heute ist die Skreti Batterie dran von Klasik. Wir haben hier 25 Schuss im 25 mm Kaliber. Die Batterie gibt es ab 18 Euro bis 22 Euro. Wir haben eine NEM von 325 Gramm und wird auch bezeichnet als Evil Orgs oder Orgis. Ich weiß immer nicht warum diese, ich denke mal das wird einfach diese Übersetzung, genau dieser Klingelton sein, wird einfach mal die Übersetzung sein von der tschechischen Bezeichnung. Hier ist es ja Skreti und hier steht Evil Orgs und ja, du wirst dann gehen wir raus zur Zündung. So Freunde, jetzt zum Test die Skreti Batterie von Klasik. Mal gucken, ob die sich hier ihren Weg rausbahnt oder nicht. Um es schwer zu sagen. Ich packe sie mal lieber so hin. So und dann Skreti. Klingel 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 Halten, schlappen, Bodyhut. Halt, schlappen, schlappen, schlappen.